Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus In jener Zeit traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu Jesus und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete, was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm, lass in deinem Reich einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten, wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu bestimmen. Dort werden die sitzen, für die diese Plätze bestimmt sind. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.